Egal mit welchem Fuß sie aufstehen, die Bosch Smart Home Raumklimalösungen sorgen für ihren entspannten Start in den Tag. Damit sie leichter aus den Federn kommen, ist die Wohnung bereits auf ihre individuelle Wohlfühltemperatur erwärmt. Per App lässt sich die Heizung ganz einfach an ihren Rhythmus anpassen. Buderos und Jungers Bosch Heizkessel können sie sogar direkt ansteuern. Die Raumklimalösung ist mit dem Twin Guard flexibel erweiterbar. Als Rauchwarnmelder warnt er im Alarmfall. Zudem misst der Luftgütesensor kontinuierlich die Luftqualität. So wissen sie immer, wann es Zeit zum Lüften ist. Dabei reguliert der Türfensterkontakt die Heizung automatisch für Sie nach unten, ohne dass Sie etwas tun müssen. Wenn Sie dann Ihr Zuhause verlassen, können Sie mit einem Fingertipp oder durch Betätigen des Universalschalters im Raum die Heizung herunterstellen und stromfressende Elektrogeräte komplett abschalten. Das ist bequem und spart Energie sowie Kosten. Bosch Smart Home. Ihr Zuhause neu erfunden.